hallo liebe community hier ist wieder euer totti ich befinde mich gerade auf hurston in lawville im teaser spaceport ja heute machen wir mal ein trading run mit der 600 von origin die kommt ja mit 40 ladeeinheiten daher und mal schauen was die uns zu bringt also viel spaß beim zu sehen dazu rufen uns erst mal das schiff so origin 600i diese ist in der explorer version also deswegen 40 ladeeinheiten die normale tooling hat nur 16 ladeeinheiten wenn er schon mal den hangar aufmachen dann ist er gleich schon offen wenn wir kommen so 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 wir werden uns jetzt hier von lorwell nach areal begeben zu dem mond und dann schauen wir mal welche stadt wir uns da aussuchen oder welche location wir dann nehmen so hier haben wir die 600i dann haben wir hier einmal die frachtluke und hier haben wir einmal den personenaufzug den werden wir uns jetzt zu rufen ganz knapp einmal zum topdeck verfahren um in die brücke zu kommen so dann einmal auf dem piloten sitz so nah dran ok jawohl so jump auf your service score system open so und und take off. Please visit us again. Remember if you're contemplating a career change, you should contact one of Hurston's resource managers for information about exciting career opportunities. Starten bei Nacht. This is the first time you will find the most important Isle, and you will be able to do it in the next video. A short hour is almost 100% of the time you found a change in the world. It is a short hour is very great and a short hour is very Sunday. You can see the next time you will see the next nine hours. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie die ESA so komisch aussieht, alles klar. Die ESA so komisch aussieht, alles klar. Die ESA so komisch aussieht, alles klar. Ein klein bisschen träge ist sie schon. Die ESA so komisch aussieht. Die ESA so komisch aussieht. Die ESA so komisch aussieht. Schön. So, das kostet uns viel Spaß. Okay. Klappt nicht, super. Kann man sie gar nicht gucken. Noch mal ein Versuch. Nein. Können wir nicht auftanken. Da nicht. Mal ein Versuch. Gut. Dann passt das jetzt nicht. Das ist der Ausgang. Rechts oder links. Okay. Linke Seite. Da geht's raus. Aus dem Hangar. Ja. Jetzt geht's zum ersten hin. Klappdorf. Da geht's raus. Jawohl. Jawohl. Das geht hinten raus. Na gut. Und jetzt, falls es jemand aufgefallen ist, werden auch die richtigen Hangarzahlen angezeigt. Seht ihr? Hangar 4. hier. Es ist ein Spazeport. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dann werden wir wieder zum Business District reisen, um unsere Sachen zu verkaufen. Also die Commercial Line. Ja, der Zug fährt gerade ab. Ah, 13 Sekunden kommt der nächste. Now arriving. Stand by and let passengers disembark before boarding. Be considerate to your fellow travelers. Do not lock doors. Step away from the platform edge when train is approaching. Next stop, Central Station. Let's go. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auf behalf of Hurston Banking, CDO, Gavin E. Hurston. Welcome to Lorville Central Business District. Thank you. Thank you. So. So. Mal schauen. 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 Ciao, ciao!